Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space. Wie ihr sehen könnt, etwas improvisiert und unvorbereitet. Einfach weil ich damit gerechnet habe, dass ich Urlaub habe und jede Menge Zeit. Dann ist mir gestern halt andauernd um das Aufnahmeprogramm runtergegangen und hat irgendwelchen Mist gebaut, dass es sehr rucklich ankam. Und jetzt ist es so, dass ich dachte, boah, bei heute mache ich ganz viel. Heute bin ich vom Arbeit einberufen worden. Es sind so viele krank. Ich muss einspringen in meiner Freizeit. Von daher nehme ich jetzt erst mal nur die Folge auf, lade sie euch gleich hoch, hoffe ich. Vielleicht mit Verspätung, ich weiß es nicht, je nachdem wie schnell ich jetzt rankomme. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ist... Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich die Aufnahmen versuche, so um die 20, 25 Minuten zu machen. Von dort sind wir gekommen. Genau, hier sind wir lang. Ähm, ich muss mich mal ganz kurz orientieren, Map. Dort hinten muss ich lang, nee, ich muss hier wieder runter, okay. Gut. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich die Waffe auch drehen kann, aber ich kriege das gerade nicht hin. Wie, wie kann ich die drehen? Dass die so schräg ist. Ich lade sie erst mal nach. Hm, ich weiß es gerade nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz nachgucken, damit ich nicht gleich wieder eins auf den Deckel kriege. Ähm, Steuerung. Ah ja, doch so viel, okay. Ich weiß es nicht, das müsstest du mir dann einfach nochmal ganz genau sagen, mit welcher Taste ich das beheben kann. Es wurde mir auch gesagt, dass ich nur einmal Stase brauche, das habe ich jetzt begriffen. Irgendwie ist die Maus sehr langsam. Sekunde. Nur Problem, ihr seht es ja, weil ich nicht wirklich Zeit habe, vorher zu testen. Ähm. Und einfach alles so, äh, 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 sein muss. So. Ich gehe nochmal ein bisschen auf Erhöhentier. Alter. Wenn jetzt hinter mir irgendwas kommt, ich sage es euch. Wow. Okay. Ich hoffe, das war's. Ich möchte ein bisschen schneller rennen. Wow, fuck. Okay, was war das? Okay. Okay. Sammeln wir mal ein und hoffen, dass nicht noch mehr kommt. Äh, ich gehe von meinem Fuß weg. Hallo. Ich möchte das öffnen. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Wow. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Irgendwo da drin. Das, das freut mich. Hallo. Ich würde das gerne öffnen. Oh Gott. Wie ungeil ich das hier einfach finde. Äh, das knirscht und knatzt und macht und tut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo müssen wir denn entlang? Geradeaus. Okay. Okay. Okay, das ist nur die Tür. Nur die Tür. Speicherort. Ja, Speicherort. Oh Gott. Ich bin so dankbar. Runde 1. Was heißt hier Runde 1? Äh, nehmen wir mal den hier. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Das ist erstmal nur immer wieder speichern und absichern. Ich habe Angst, dass da raus einer kommt. Aber. Anscheinend nicht. Und wir können in den Aufzug reingehen, ohne dass, ohne dass was passiert. Das ist... Spitze. Scheiße. Lebt er noch? Nee. Ho, 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 ho. Nein, er lebt noch. Oh Gott. Oh Gott. Es ist tot. Na Gott sei Dank. Ähm. Hallo. Noch mehr eklige Viecher? Da vielleicht? Alter. Nee, ist das gar nicht unheimlich hier oder so? Und ich höre andauernd irgendwelche Geräusche, die mich auch null verstören. Upsa. Und ich treffe keine Kisten. So. Okay. Scheiße. Okay. Nachladen. Nachladen. Wieso ladet er nicht nach? Na. Eep. Hallo! Oh Gott, die fatale Stellung möchte ich einnehmen. Bin wieder aufgeladen. Okay. Jetzt nehmen wir mal alles mit. Ich habe mich überhaupt nicht erschrocken. Nein, alles ist gut. Nichts leichter als... Nichts leichter als das. Da unten liegt auch wieder was. Von wo? So. Schnell nachladen, bevor noch einer kommt. Alter, ich höre es überall. Das ist einfach nur schrecklich. Schnell rein. Und so tun, als wäre nichts gewesen. Warum spielen wir erst seit sieben Minuten? Das ist überhaupt nicht... Alter, wenn ich es schon höre. Das ganze Geklimper. So. Huah! Gott! Tritt ihn! Schlag ihn! Mach irgendwas! Er ist tot. Bin mir zwar nicht sicher, ob er tot ist. Aber ich glaube, er ist... Oh Gott! Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich habe Angst, dass die wieder aufstehen. Aufgabe erfüllt. Oh Gott! Ach, das ist ja schon mal... Spitzenmäßig. Hör auf, hier rumzuleuchten. Was war das? Kann mich nicht konzentrieren, wenn hier alles auflackert. So. Gut. Ähm. Hehehehehehehehe. Kurze Pause. Ähm. Jetzt muss ich den Scheißweg wieder zurück. Na klar. Sonst nichts zu tun. Guten Tag. Ich bin Lady Mirabel und ich habe keine Hobbys. Außer von Arna Beren. Äh. Puh. Muss ich jetzt... Ach, da ist noch eine Kiste. Gut. Hu 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 hu. Na, da lässt irgendeiner immer wieder einen Schraubenzieher oder sonst was fallen. Das ist nicht so gut. Hab gehört, das soll man nicht machen. Alter. Oh Gott, ich hör's. Oh Gott. Ich möchte doch nur speichern. Ich möchte doch nur speichern. Ähm. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ich glaub ich muss gleich jetzt hier abbiegen. Kann das sein? Ähm. Meine Stimme geht flöten für Aufregung. Hm. Okay, da kann man also drauf schießen. Wow, das ist... Alter, wo... Ich hör's doch schon wieder. nein 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 auch nichts ja das sieht gut aus da möchte ich unbedingt rein scheiße jetzt keine panik bekommen alles ist gut alles ist ich habe es eingesammelt hier kann keiner was bin ich von hier nicht gekommen moment ich muss da hin aber ach so okay bin also im kreis gelaufen gerade das glaube ich ist super ich glaube hier sollte man sich unbedingt möglichst lange aufhalten damit möglichst viele blöde kackviecher kommen und einen töten hier ist total sicher drin hier möchte ich sein alter es hechelt schon wieder okay okay ich habe irgendwas benutzt um meine ich habe eine werkbank super diese geräusche okay kann ich jetzt hier irgendwas knoten zwei verstehe ich noch nicht ganz muss ich meinen bruder fahren ich bin gerade ein bisschen paranoid platine okay und ich hätte gern einen speicherstand oder so kann ich hier irgendwo speichern nein kann ich nicht warum auch dann gehe ich nochmal an die werkbank wenn dann ich mich mir das gerade nochmal angucken jetzt kann ich was machen nachladen schaden vielleicht mehr schaden drücken da müssen wir nicht so viel schießen ja mit e bestätigen und den anderen knoten auf kapazität nachladen oder tempo vielleicht kapazität okay gut ich bin total glücklich oh jetzt haben wir zwölf Schuss das heißt ich schaffe vielleicht auch mal zwei Gegner ich glaube wir müssen jetzt wieder raus muss man ganz kurz gucken ja wir dürfen raus und dahinter okay nimm dein gesichter weg nimm dein gesichter weg ich kann sonst nicht hä die sind ja gerade den behinderten weggerannt also unabhängig davon dass die behindert sind hihihi ihr seid voll eklig und so jetzt schlappert ihr mir gleich wieder am bein rum wenn ich mich nicht irre das nehme ich mal mit oh gott es ist so schrecklich dieses spiel es ist einfach nur so unfassbar eklig und schrecklich der lag da vorhin schon da oder nicht ich kann noch nicht mehr unterscheiden was hier noch lebt und was nicht so moin warte gestern die tür aufzumachen komm schon m von hier aus muss ich jetzt nur noch raus und dann gleich rum irgendwo oh gott ich hab keine ahnung wo ich lang muss ich hab keine ahnung oh gott bitte kommt nicht noch einer ok m oh scheiße komm ich nicht mal langsam wieder an einem speicherstand vorbei oder so das wäre ziemlich ziemlich cool ist das ein speicherstand das sieht mir noch mal ein speicherstand aus hu 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 hehehe ich hab einen speicherstand gefunden ich bin total glücklich ich speicher gleich mal hier das oberst wieder ja was ich werde denn überschrieben ich kann damit leben oh ich würde sagen eigentlich habe ich vor gehabt 30 minuten aufzunehmen da mir aber die zeit im nacken hängt und ich spätestens eine stunde schon los muss und das ding aber jetzt erstmal noch bearbeiten und hochladen muss würde ich sagen ausnahmsweise nochmal eine viertel stunde und das nächste mal versuche ich dann 30 minuten versprochen hoέλ tschüss 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 Vielen Dank.